wir brauchen wieder tools and supplies ja ihr seid jetzt mit euch habe ich ja so wir jetzt natürlich super viel verbrauchen weil wir so viel reparieren hier sind 115 ich glaube das hätte ich ganz gerne mal tatsächlich für ihn noch hier für sacred einfach weil das ein bisschen voller ist zwanziger verkauf das ist schon mal ganz gut dann können wir sowas hier verkaufen die sachen die hier fertig repariert sind zumindest kann man dann verkaufen weil hier die preise ganz okay sind kann auch mal ein paar davon verkaufen also wir brauchen glaube ich davon nicht kann man das hier verkaufen und das hier verkaufen mal gucken wir wieder einiges gut gemacht ich habe mal habe einmal eine ruine gefunden bin wieder raus nachdem ich gesehen habe was drin ist alles andere konnte ich klären aber 20 an den unten extra menschen doch zu viel ich glaube du kannst darauf warten tatsächlich wenn die relativ voll ist dass die so eine gruppe bilden die dann über die map läuft dann sind die natürlich weniger drin also wirklich weniger dann dort in der in dem teil drin was eigentlich ziemlich geil ist 472 ist eigentlich glaube ich okay ich brauche nicht und ich brauche auch nicht und ich auch nicht so viel schütten und doch nicht mitschleppen jetzt muss man hat einen ersatz für sono finden eigentlich und du warst irgendwie nicht können wir gucken ob du es bist ein ehemaliger radar 6 bis 10 5 bis 13 der hat hat wenig hp das ist ein bisschen das problem und du bist ein feinschmecker das ist irgendwie alles auch doof 400 für ein tryout oh gott und dann kostet noch 36 pro tag das ist ein retired soldier die haben immer super wenig hp das ist schlecht das will ich nicht grave sticker will ich glaube ich auch nicht red catcher hat nicht viel skill wir machen jetzt mal ein tryout der ist ja noch beschissener okay der hat plus resolve gegen biester und extra damage auf dem kopf aber hat minus meliske der trifft richtig schlecht er hat den minimal roll auf meliske und kriegt minus meliske ja fuck you der war der maximal roll auf resolve und zwei stände auf resolve ja ich glaube ich eher hier unseren unseren söldner nehmen als sono zwei tatsächlich weil er wird ganz gut tragen können und er wird ganz gute defense kriegen der darf halt möglichst wenig hp damage kriegen ja komm komm du bist jetzt so nur der zweite so nur der zweite die older kann direkt behalten hier so das ist nämlich auch schon level ups was ganz gut ist das hätte ich gern das hätte ich gern das hätte ich gern oder auch nicht also das hätte ich auf jeden fall gern das ist schon bei 67 das ist schon ziemlich nice fatigue hätte ich eigentlich auch ganz gerne und wenn er tanken soll ja jetzt die frage meli defense oder hp in zweier meli defense ist eigentlich scheiße das ist minimal roll wenn er einen stern hat nehme ich glaube ich lieber den 3er hitpoint roll weil das ist das ist 4 ist das maximum was du glaube ich kriegen kannst wenn du keinen stern hast und kriegt auf jeden fall erstmal koloss aus er hat nur einen level ab ich wurde bedrogen kriegst auf jeden fall erst mal den hellen kriegst er das wollte ich nicht mit 67 67 wir müssen ganz gut essen dabei haben weil er viel futtern wird du kriegst auf jeden fall ein schild ich würde wahrscheinlich sagen ein schwert zumindest das schwert haben wir gar nicht von sono gehabt würde ich sagen mit 67 könnte man fast schon in pflege gehen tatsächlich könnte man schon fast in pflege gehen oder halt in den hammer um rüstung zu zerstören richtig weg zu buddern weil das dann auch immer super nützlich war oh man dann hätten wir halt einen zweiten stunner brauchen aber echt viel ausdauer für die stunts und du brauchst noch das und du brauchst noch was gegen blutung du hast eine 95er rüstung ist schon ganz okay du hast noch 70 fatigue das ist auch ganz gut ja bis auf pickaxe sind noch keine hammer gefunden ich habe die military pickaxe das erste mal gefunden habe ich genau eine bis jetzt glaube ich gehabt mehr auch nicht so jetzt haben wir das problem sono ist natürlich aktuell noch mit einer verletzlichsten mit nur 67 hp trotz colossus und 21 mili defense da ist er glaube ich mit das niedrige dann joshka ist noch niedriger aber der haben wir auch ein bisschen hinten gehalten ja also die defense ist schwierig die defense ist schwierig 67 mit colossus jess ja der hat halt mit 50 angefangen haben ja gesagt er hat 51 von 50 bis 60 gerollt also deswegen der ist jetzt den würde ich tatsächlich auf versuchen auf den auf den battle ford zu kriegen dass er dicke rüstung hat wobei ich nicht weiß ob es funktioniert mit der fatig auf nur einen stern der hat aber initiative nimble und deutsch kriegt man glaube ich auch nicht hin dafür hatte zu wenig hp also muss er müsste das gehen ja wir versuchen das mal so wir versuchen das mal so 11 tage 242 bezahlen jetzt pro tag und das hier reicht noch vier tage und was soll das von auftrag es kurde vier tage nach norden ich will nicht vier tage nach norden gehen ehrlich gesagt wir könnten tatsächlich gucken ob das da unsere müsste eigentlich unser ding ganz erfüllen wie geht es unseren leuten nicht so gut geht so lustung ist halt am arsch und wir haben keine tools und supplies mehr müssen erst mal tools und supplies holen gehen bevor wir hier irgendwas machen achim ist doch kommt bei nacht an ja geil da kann auch direkt weiter gehen nach sandstadt oder gelbstadt mit sie bei nachtreisen ich glaube damals sogar bessere preise für tools und supplies ich glaube ich tools und supplies für unter 200 bestens bei sandstadt kriegt man das was es ziemlich ziemlich gut macht okay wenn ich gerade amber straight routes haben 610 guild master in sand kai baut die ich will ich jetzt nicht nach westen laufen wir gerne nach sandstadt weil da gibt es da gibt es gute preise gute besserung und so ist eigentlich irgendwo jetzt wieder ruine doch hier unten wieder ruinen hat mir jemand was kaputt gemacht so mark place hier ist alles in ordnung und hier 227 ja gut ja gut für 450 farben aber das wollen wir gerade nicht zwei tage mehr nahrung schlecht so muss ein bisschen nahrung mit so ja 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 ich glaube ich eigentlich noch ein bisschen geld was das hier 190 und 760 zwei tage nach nordwesten nach dammwald 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 ist da doch da können wir hin das ist holz machen wir jetzt ein bisschen kurz trade routes dann akzeptieren wir den contract und ich würde sagen wenn ihr noch mal zwei farben mit und hoffen dass wir die für weh bis mehr als 450 los kriegen bis gleich xan okay sieben brigands sollten nicht so ein problem sein auch wenn es raider sind die sollten sogar vor uns abhauen ja genau das ist ziemlich okay konditionen haben wir genug bambi es ist kein wirklicher shopping ausflug wenn nicht irgendein komischer typ uns was anbietet glaube ich diesmal ist es ein typ der den mund hat wie eine bärenfalle mit schiefen zehen und hohen wangen als wären es auslageflächen schränke schränke nein shelves sind glaube ich sowas wo man was drauflegen kann features aside he swings his weight around like someone of import and wealth okay er scheint jemand wichtiges und wohlhabendes zu sein hallo söldner ich sehe wir haben einige interessante trophies mit hier ich nehme das raging hyena für für 500 kronen okay wir können gerade ein fell für 500 kronen verkaufen was glaube ich insane gut ist vom preis her weil das glaube ich fast der wert ist ja da wir geld brauchen würde ich sagen wir nehmen wir das und mit dem fell haben wir aktuell eh nichts gemacht von mir aus halt kann man hier schon was verkaufen ok ne hier wollen wir es nicht verkaufen hier sind alle anderen verkaufspreise für ziemlich ok wenn wir hier was verkaufen wollen würden wie das da vielleicht und wenn das ist nicht ein level 3 paula bin ich gerade doof desto besser ist das 40 bis 70 yo sacred hat ein level 3 paula das ist ein geiler sprung der trifft ja sowieso schon sehr sehr viel yes das habe ich jetzt erst verstanden oh what dann kann man eine davon verkaufen würde ich sagen und das ding auch um wieder ein bisschen geld reinzuholen und das hyena für ist 500 wert genau da haben wir wirklich den wert bekommen habe ich nicht gedealt warum habe ich so wenig geld habe ich gerade 500 bekommen jetzt bin ich irritiert jetzt habe ich das irgendwie verlesen was es mir doch nicht gegeben hat Geld kommt nicht ganz hin dachte ich oh goblin raider jetzt geht es hier aber rund ey skirmishes und ambushers goblins ey ab gehts die sind glaube ich die hier hinten fallen sind ganz gut im fernkampf soweit ich das weiß die waffen sind auf jeden fall auch eklig und die können so werfen wir so bohla sind so ein shit ähm ich würde gerne gucken was ihr für eine rüste das ist glaube ich bogen 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 ich habe vier bogen dudes dabei aber wir haben die überbezahl 57 57 57 weil er hat ein schild trägt ne ich habe mal kurz warten mit dir mit dir auch weil ich will eigentlich die die sache hier von fertig machen müssen die karawane verteidigen mit dir auch warten wir noch ein step machen kannst und tecken ricky ich bin schon eine weile dran hallihallo wunderschön guten morgen aber ja ich bin in the battle ich bin schon seit fast zwei stunden dran und mir ist solo gestorben einer meiner companions vom stadt ne ich würde sagen wir gehen mal gehen wir hier hin damit wir an die wir hinten herankommen aber wir haben heute schon ein paar battles durch wir haben heute schon ein paar battles durch du könntest da rangehen oh what das ist eine range weapon von denen krieg hier dahin und attacken 41% chance du bist echt nicht so gut im angreifen kopf wäre natürlich geil gewesen der stelle muss einfach mal sagen 11 ja gut das ist irgendwie alles schwachsinn dahin vielleicht 54 schade alles dafür das aushalten achso weiß ich gar nicht ricky 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 ist unser pflegemann ja du hast ganz gut hp ja ja mit deiner fatigue müssen wir noch ein bisschen arbeiten die müssen wir noch ein bisschen höher bringen die ist gar nicht so gut wie ich das ganz gerne hätte wenn wir das hinkriegen so ist es so oh nein das ist nein ich laufe mit den falschen leuten vor das ist ganz schlecht das ist ganz schlecht so hier will ich mich nicht hinstellen äh der läuft dann so rum xan muss mal hier rumlaufen da hink xedi müssen nämlich ein oooh au stimmt goblin gift das ist absolut ekelhaft hört auf dinge zu werfen absolute frechheit 57 36 yes sehr gut sehr sehr gut nice war ein guter schuss ähm dich würde ich gerne hierhin packen dann darfst du aber nicht mehr schießen leider so du musst aber jetzt noch den step machen und schade da haben wir wieder eine 61 geräumt bei einer 55 auf sacred sehr sehr unangenehm wenn ich jetzt hier ran ist dann bin ich richtig dran das will ich nicht und dann wollen wir halt nochmal eine 87 bei einer 57er hit chance das ist schlecht hallo auf die werfen ist für mich okay hauptsache nicht auf meine leute also zwei von vieren haben drei von vier haben schon geschossen oh ja gut das ist wieder der das ist mir egal oder auf die esel ja sagen die esel nicht komplett sterben ist das glaube ich okay für mich ja ich gehe nur darum dass die ankommen ähm 46 28 51 52 52 51 mhm die daneben nehme ich auch alles auch gut für mich ähm ähm kann ich den kopf treffen 31 ja ricky soll aushalten wenn der trifft ist nur bonus hier komme ich nicht rein du wartest mal kurz grad ne sang red ach scheiße äh 54 60 39 60 komm halt ich will nichts treffen Wieso habe ich denn mit Sonics schießen und nachladen und habe keine Ausdauer mehr? Das ist ja eklig. Dann gehen wir hier rein. Für bessere Hit-Chance. Kopf schon. Kopftreffer. Kopftreffer! Das Spiel sagt nein. Der hat 11%. Den kriegt man halt nie und nimmer rausgeschossen. Den kriegt man vielleicht rausgeschossen, ja? Janjuszka! Am Schild vorbei! Inkop! Geil! Nehme ich! Der hätte da schon sterben dürfen. Wäre okay gewesen für mich. Hm. Der ist gestunnt. Sehr gut. Dann hält der uns nicht mehr so sehr auf. Hm. Ich glaube, ich hätte mit dem einfach vorbeilaufen, um hier hinten auf die zu gehen. Er hat schon Monster 9000, ja richtig! Der hat richtig Bock gehabt. Schieb dich mal runter und geh einen Schritt ran. Dann habe ich nämlich hier einen Höhenvorteil. Gegen den. So, das ist der. Aber okay, das ist okay. Da ist wenig passiert zum Glück. So, jetzt kann ich nämlich hier reingehen. Und dich totpiksen. Sehr schön. Weil du kein... Oh, scheiße. 60, 53, 53, 57, 42. So, dann nehmen wir den 60er hier oben, I guess. Ach, Ben. Das war schon mal besser. Sind wir ehrlich. Sinn war ehrlich, das war schon mal besser. Du musst kurz warten, weil wir müssen mit den anderen Leuten, glaube ich, ein bisschen laufen, oder? Hier unten können wir nicht mehr. Ich würde gerne hier reinsteppen, dazu muss der aber sterben. Ne, Sacred auch noch. Sacred ist auch noch direkt dabei. Ich habe noch ein paar, die keine römische 1 oder 2 haben. Aber, ja, es wird langsam hier. Sehr schön. Ne, dann soll mein anderer hier reinsteppen. Dann steppst du hier hoch. Schauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, Peaks, Peaks. Yes. Müssen Aggressivo-Plays machen. Der hat keinen Bock mehr, der rennt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das sind Leute, die schon gestorben sind, die ich nochmal rekrutiert habe und wieder gleich benannt habe, damit ich weiß, zumindest wie oft sie gestorben sind. Also, Zubu, der zweite, ist schon einmal gestorben, weil es der zweite ist. Ganz einfach. So, und jetzt machen wir hier den Step rein. Und Peaksen, einen von den kommenden ist tot. Wir können sogar noch einen Step weitermachen, weil die sind noch auf Fernkampf. Xeli gibt es auch schon mal. Also, gab es schon mal. Der ist schon mal gestorben. So, äh, jetzt würde ich gerne hier rangehen, glaube ich. Und dir dann mit Ricky auf die Nase hauen im Zweifel. Ähm, ich kann eh nur noch einen bewerfen. Deswegen gehen wir hier hin, würde ich sagen. 48, 34, Wurf. Ach, schade. Wie viel hat er noch zum Werfen? Einen noch, okay. So, der rennt. Dann wollen wir hier hin. Guten Tag. Ein Tank ist, wenn der stirbt, sind auch viele andere Tote, dann wird geladen. Sono war auch ein Tank. Sag ich mal so, ich habe nicht geladen jetzt bei Sono ist tot. Wo macht ihr das mal platt? Schön mit einem Kopftreffer, geil. Nein, der hat keine Ausdauer mehr. Nein, auch keine Ausdauer mehr. Ähm, hier dürfen wir noch hin. Zack. Yes. Stimmt, der hat ja jetzt Berserker, ne? Deswegen darf er nochmal laufen. Hehe, wenn er Leute tötet. Kann er weiter reinsteppen. Und im Zweifel auch nochmal Zuger schlagen, wenn er noch genug Ausdauer hat. Au, der trifft sogar. Wieso können die... Das ist eine Frechheit. Können auf jeden Fall eins nach vorne gehen, glaube ich. 54. Nice. Macht Sonics ein bisschen Range Support hier. 58, 37. Gehen wir auf den. Nice, Ben. Endlich ein richtig schöner Schuss. Ein richtig schöner Schuss. Über alles drüber, dem in den Rücken. Geil. Richtig geil. So will ich das häufiger sehen. So, unser Bannerträger kommt mal vor, um unsere Leute ein bisschen zu buffen. Was Resolve angeht. Du hast schon gar keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Ich glaube, du bist auf Braking. Na gut. Der hier rennt aber schon. Kommt aber nicht weg. Den machen wir rund hier. Geht auch ein bisschen zuhauen. Benjushka kann laufen. So. Auf geht's. Sono darf ich auch noch ein bisschen was abholen hier oben. Let's go, Sono gegen den Goblin M-Washer. M-Busher. Keine Ausdauer mehr. Ne, ne. Hier wird down gerannt. Ich will hier die Kills haben. Die Kill XP sind wichtig. Okay, jetzt musst du allerdings hier ran laufen. Dann kannst du doch. Du kannst noch schießen. Aha. Hat's. Pixie nieder. Ja, mach ich jetzt auch. Ich darf sogar bis da noch. Und dann Pix. Geil. So, der Njushka hat ein Level up. Sehr schön. Hedemenge Goblin Waffen gekriegt. Schilde, Rüstungen. Wurfsachen, die kein Damage machen. Contains Ammo. Ja, ich nehme halt alles mit. Bisschen Tools und Supplies. So. Hier geht es unseren Leuten. Wir sollen das Level up auf jeden Fall nämlich machen. Der Njushka. Das lasse ich jetzt einfach so, ne. Der wird eigentlich ein Nahkämpfer. Der muss aber halt noch ein bisschen seinen Nahkampfskill. Oh. Yes. 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 So. Let's go. Also, dass die Goblin Raider kommen für 760. Ich glaube, wir sind gerade auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad angekommen. Gefühlt. Gefühlt sind wir auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad angekommen. Okay, bei euch ist alles, ist alles eppe. Oh, wir haben Essen gekauft für eine Karavanenmission. Wir sind auch nicht ganz so smart. Wir kriegen doch Essen gestellt in der Karavanenmission. Denke ich irgendwie immer nicht dran. Ich hoffe, dass die Goblin Raiders jetzt das sind, wo wir, wo wir, wo das das Problem war. Wir müssten aber eigentlich wahrscheinlich in die Granitschanze oder so. wenn wir... Wenn wir... Also, zwei Tage ist mit 700 Belohnung schon echt knapp. sagen wir mal so das sind wir gefühlt bei plus minus 0 rausgekommen aber das Holz nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit Essen haben wir noch Kaufen ist schlecht hier unten irgendwas Gutes ich habe das auch bei Hand of Blood im Let's Play gesehen der hat ja einen Tipp vorgelesen wenn man Sachen well supplied dann werden hier uns sozusagen Sachen verkauft random aber da ist nichts dabei was wir haben wollen Taxi der Mist wir könnten Gegengift craften könnten eine Rauchbombe craften Poisoned Oil aber Poisoned Oil macht es glaube ich genau einmal ist destroyed on use voll rein wobei 1 bis 3 ist normal und für jeden Stern steigt mindestens um 1 und Max auch also bei 3 Stern 4 bis 6 da war das eigentlich nicht so geil stimmt aber ich will es trotzdem haben wir speichern mal wieder ne also wir für den Fall dass wir uns jetzt komplett verkalkulieren mit der Mission wir brauchen die Kohle wir brauchen die Kohle hier oben wir kommen jetzt wieder nachts an das ist natürlich schlecht wir wollen eigentlich tagsüber angreifen weil wir haben ein paar ganz gute Fernkämpfer es ist noch Dusk some marksmen some raiders fortification also oh wenig für die 11 gegen 12 okay ich kann doch nicht auf irgendjemanden schießen ähm ich weiß nicht ob sie überhaupt rauskommen ähm sie haben halt 4 Rangies au ich glaube es hakt yo chillt mal ein bisschen okay sie bleiben stehen in der Regel kommen die raus bei mir ja ich glaube die kommen raus wenn du mehr Range Dudes hast als sie weil sie dann davon ausgehen dass du sie einfach mit dem Range rausschießen kannst nach und nach und dann wollen sie dich ein bisschen chargen aber ich habe nur zwei Range Dudes und sie haben 5 1,2,3,4,5 und dann bleiben sie glaube ich mehr stehen also die Taktik ändert sich je nachdem wie deine Zusammenstellung ist soweit ich weiß was es gerade ein bisschen schwierig macht für mich das heißt ich muss ranlaufen ein ich habe sogar noch einen sechsten Range ja ja wenn ich wahrscheinlich kommen sie jetzt schon raus weil Ricky hier hingegangen ist wahrscheinlich kommen sie jetzt schon raus weil Ricky hier hingegangen ist stellen sie mal Rotpferd daneben stellen sie mal hier hin wir verstecken uns glaube ich ein bisschen hinterm Baum mit Sono damit die Ranges ihn nicht so angeben ist das aber ein Loch großen Loch wenn sie move und angreifen können in neuen AP ja können sie ja jetzt können sie ja jetzt so wir gehen jetzt halt ran wo alle geschossen haben so zack oh nein ich habe Xan ein Stun gegeben ich bin vollidiot ey Xan hat einen Sword Master und ich habe Xan ein Alter ich muss auf da habe ich ich lade jetzt mal kurz neu weil das das übrste Bullshit ist die macht es mir gerade extra schwer ich lade den Kampf nur neu ist ja noch gar nichts entschieden oh Gott so habe ich vorhin den Perkner nicht gewählt für den Yushka ah doppelt dumm so kriegst du das mit deinem Schwert wieder Hashtag Iron Man ne ich mach kein Iron Man bei solchen Sachen dafür bin ich zu scheiße so aber du hast ja noch einen Perk auch free hier ist die Frage Shield Expert wir haben halt gegen Flails ein Problem weil dann halten die Schilder halt auch länger ist schon nicht so weh nicht so kacke wächst aber so von Stellen her ich finde es lustig dass er übrigens eigentlich eigentlich ist er ein Jäger und hat halt Nahkampf Fatigue und Hitpoints übel gut Relentless Cumulated Fatigue ne hier Brawny wollen wir immer haben weil er soll ja schwere Rüstung tragen deswegen Brawny dann hat er schon mal mehr mehr Ausdauer so dem Farmer mit 3 Sternen Fernkampf ja die Frage ist ob der Base Fernkampf auch ausreicht ob der Base Fernkampf auch so es hat sich nicht so viel geändert aber ja hier ist ein Löcher hier ist jetzt ein Loch in der Mitte hier unten ist ein Loch und hier unten sind auch Löcher also man kommt da schon durch ja da ist ja gerade die Frage was soll ich würde aber jetzt wieder warten bis sie alle geschossen haben den Treffen trotzdem also hat sich wirklich nicht viel geändert ja ja schießt erstmal alle hier kleinen gemeinen Hundchen ich glaube hier waren wir jetzt der Armbrustschützer hat nicht geschossen Sau und so 2-3 soll ich nicht bewegen stellen Ricky mal hier so da unten rum und dich versteckt man glaube ich auch so ein bisschen dahinter Rotfeder du versteckst dich komplett hinter dem so Solo nimmt den Höhenvorteil mit Shieldwall ja und Xan du hast jetzt irgendwie dein Schwertchen wieder du kannst eigentlich mitten rein und dein Redundrein Repost machen wie werden der stimmt ja stimmt der kann sein dass ich nicht schießen konnte ja stimmt 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 1,2,3 dann müsste ich hier hingehen damit sie rauskommen bin ich aber von allen einschießbar ja ich mach das mal so Posen Paul Dankeschön danke fürs reinschauen und dabei sein und hoffentlich bis bald viel Spaß ja ich würde sagen ich gehe erstmal bis hier hin mit allem und bleib dann da stehen so Zwubel Zwubel my boy hier oben kommt man halt nicht durch wir müssen hier vorne rein oder hier unten rein ja Zwubel dann bewegst du dich mal nach unten würde ich sagen 54er ist halt echt nicht viel 54,30 und wir könnten den Quatsch davor treffen komm schon das ist dann auch wurscht wahrscheinlich hätte es sonst eh geblockt 41 uach das ist ja alles kacke jetzt könnte aber der ich kann sagen der Armbrustschütze schießen du kommst nicht raus du machst nur Shieldwall 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 okay ihr habt alle reingeschieldwallet gehen wir hier mal in die Mitte und tun natürlich auch in die Mitte damit meine Leute schön gebufft sind 1 einer gewartet Aua 3 ja kann jetzt hier rangehen das will ich aber eigentlich nicht okay geht man da hin und wartet du wartest auf jeden Fall auch bei Backline und so sind alle nicht dran okay jetzt bewegen sie sich auf jeden Fall bewegen sie aber eine interessante Variante die gehen alle von Ricky weg die haben Angst vor Ricky Moment ich kann hier an den Fernkämpfer ransteppen mit Rotfeder jawoll let's go und hab sogar noch Deckung nach oben das ist richtig gut äh repost für den Fall dass sie jetzt rankommen Zwoge geht mal hier mit rein aber die machen hinten auf richtig dumm gut für dich ja ja ich meine gerade die haben hier einfach Platz gemacht das ist richtig nice ist ja einer irgendwie hochge sich hochbewegt hat einfach random das ist richtig gut so jetzt kann ich an den hier mit theoretisch fast drei Leuten ransteppen ich glaube ich will aber hier noch auch mal so bei ihr soll jetzt da ran laufen komm schon Kopftreffer schade schade bei 42 51 gewollt dann piekst mir ihn wenigstens ein bisschen 91 bei 60 ach come on ach come on so damit das geht natürlich nicht wenn ich jetzt schießen will muss ich nächste Runde laufen 61 ach schade schade ich glaube ich lauf diese Runde einfach mit ran Sonics okay die macht einfach Shieldwall gehen weiter zurück okay du Shieldwall dann gehe ich jetzt mit Ricky da ran würde ich sagen weil du warst ja vor ihm dran glaube ich wenigstens ja will da ran damit er nicht irgendwie sonst wohin laufen kann Ricky kann eigentlich ganz gut Leute beschützen oh yes yes da flog der Kopf da flog der Kopf wir können sogar jetzt noch ja kann ich weiter attacken tatsächlich weil ich 5 AP brauche also laufen und attacken geht nicht aber nur attacken würde gehen zweimal jetzt könnte ich natürlich noch 2 laufen was ich glaube ich auch mache ein bisschen mehr nach unten verlegen weil unten wenig die Backliner sind bis jetzt du kommst einfach mal mit hier ran so und wir stellen uns hinter die großen Schilde könnt ihr aufhören auf meinen auf meinen John zu schießen bitte das ist ja anstrengend die schießen alle auf den ne Aua okay das war nicht John aber das ist trotzdem doof für meinen meine Mann du wartest nochmal kurz weil du bist gerade irgendwie ein bisschen im Weg okay da kommt auch noch einer okay die sind alle nicht so sehr oh 51 28 50 66 schade wäre ja eine Option gewesen alter diese Hits auf die Backline ich glaube es hakt ich glaube es hakt 31 du bist nur zum aufhalten hier von daher darfst zuhauen aber darum geht es nicht Peaks bitte den tot 58 oder ich mache halt noch einen Step hier rein und nehme den mit 90 yes please also das dass unser Sacred einfach 2 Snipes über die halbe Karte hinter Leuten abkriegt ist übel bitter sehr schön er hat schon mal 2 Hits rausgekriegt die Runde sehr gut 47 14 43 hier 47 ah dammit Peaks Peaks oder 2 da Peaks die Leute Silly Peaks du kannst glaube ich einfach ne du kannst nicht du kannst nur bis dahin aber das ist halt auch gut oh ups dann können wir nämlich dich für ankämpfer angehen Felix trifft nicht das ist schlecht dafür trifft unser guter Sono hier stelle ich ihn komplett offen das ist nicht geil das ist nicht geil mich da vorgestellt nehm ich den da mhm das ist gut ich will direkt nochmal dran sein krieg den raus natürlich nicht schlecht bitte nicht nochmal Sacred treffen Leute alter nein stop it eine Fresse 55 der hat keinen Bock mehr der rennt finde ich gut finde ich gut dann muss ich dich pieksen nice du bist auch nicht mehr so gut drauf für Sex ich muss mehr Platz machen können äh fuck okay da verprüge ich den wenn ich weggestoßen werde Riki nice one der hat dich weggestoßen der Brigade Raider und dann gehst du halt auf seinen Kumpel und klüppelst ihm in den Kopf das ist das okay ja leider nur ein Treffer wieder jetzt stirbt doch er ist dran von dem das ist der Dude ne oh ey er hat den Riposte aktiviert das sollte ja kein Problem sein jetzt will ich aber mit Sacred eigentlich nicht vorlaufen aktuell du rennst eh dann kann ich mal hier hinlaufen damit die beiden Rangies nicht mehr rangen dürfen vielleicht werde ich mit dir auch machen damit ihr aufhört auf meine Backline zu schießen ihr Arschgeigen so umgebracht sehr schön Sono kriegt sogar noch einen Kill nice das ist richtig gut für die XP ah damn it da reicht es nicht mehr dann gehen wir da haben ich habe eine Äxte dabei die Schweine fix jetzt du läufst auch weg finde ich gut jetzt muss ich aufpassen wie ich schieße damit ich nicht mit meinen eigenen Leuten in den Nacken schieße würde ich sagen hat man jetzt oft genug konnte er den Baum treffen habe wohl den Baum getroffen der direkt mit meinem Gesicht war aber Pech gehabt den könnte ich eigentlich niederpiksen der rennt ja eh könnte man den erdolchen müssen nur bei den anderen noch ein bisschen gucken ok dir geht es nicht mehr so gut sehr schön nehmen wir den Dolch raus und du steppst untenrum dann ran dann Jushka kriegst den kaputt sehr schön bei euch brauche ich eigentlich nicht unbedingt das Zeug ok hat sie erledigt jawohl sehr schön sacred finde ich gut finde ich gut blutest du ne du blutest nicht mal Bono läuft ein bisschen rum hat keine Ausdauer mehr ne ne wir wollen hier noch was probieren ganz entspannt und überall schön die Sachen raus das reicht schon mal nicht piks motherfucker nope eigentlich ist sacred der bessere geeignete weil der glaube ich besser besseren skill hat aktuell als wohl glaube ich niedrige 2 blatt keinen guten millis den sollte man nicht daran setzen zum guten millis 67 du darfst daran xeli guckt nur zu du hast glaube ich auch einen guten millis kill mit 74 du darfst auf jeden fall auch daran xan du hast aber mehr Ausdauer oder du hast gar nicht so viel Ausdauer guck mal die Ausdauer ist ein Problem insgesamt dich kann man beenden dich kann man beenden dich kann man beenden dich kann man beenden okay kann man beenden beenden Ausdauermeer sehr schön niedergestorben sehr sehr schön dann mal ein paar Level Ups wieder und Loot wir kriegen ein paar Rüstungen sehr geil 110er Rüstungen 70er Helm 70er Helm ist nicht so gut aber zumindest zum Verkaufen ist das ganz okay zumindest was das dem Verkaufswert angeht ist das ganz okay also das war für 1500 wieder lass mich halt nicht gerne rumschubsen ja also für 1500 war das voll in Ordnung im Vergleich zu den 700 davor das ist der Nekromant der macht mir so viel kaputt weil ich dann permanent vorne beschäftigt bin also das war ein guter Auftrag was haben wir noch für einen Auftrag Krawane 1300 drei Tage nach Südosten für 1300 drei Tage ist relativ günstig Akim Alraman weiß nicht wie ich das mache ich gehe erstmal glaube ich zur Granitschanze jetzt tagsüber müssen wir die Level Ups machen weil ich ja meine Farben noch verkaufen will ja gut also ein plus eins ist ja Katastrophe du wolltest sowieso ein Tank werden plus zwei plus drei lieber HP glaube ich Resolve Fatigue nehme ich jetzt echt den plus zwei Milli Defense einfach nur damit er Milli Defense hat wahrscheinlich eine Initiative wir wollen den ja den wollen wir nicht nimbeln dann brauchen wir kein brauchen wir nicht so viel Initiative Resolve ist halt auch nicht viel besser dann die die Defensive so wir wollen nicht Dodge haben wir wollen dann wahrscheinlich Steel Bro haben damit er kein kein extra Damage gegen Kopf kriegt Recover ist halt echt bitter deswegen Steel Bro kein extra Damage damit er möglichst lange überlebt Zwubel ach du Scheiben Kleister ey diese Zwubel Rolls das kannst du nicht ausdenken der kriegt nur plus eins in Milliskel Rolls also das hier nehme ich schon mal mit ah what the fuck drei Resolve dann halt noch mit alter Vater alter Vater Brawny shield shield expert relentless sind wir eher dran der wird das backstabber perk brauchen damit überhaupt was hittet der wird das backstabber perk brauchen damit überhaupt was hittet der ist einfach nur der steht im weg rum der ist im weg rum stehe der ein speer hat damit irgendwas noch hittet oder wir klicken anticipation damit die ranged sachen ihn schlechter treffen aber der wird fast nie als ranged ziel genommen weil er ein schild hat und wir andere leute haben die ein einfaches ziel sind wir könnten ihm taunt geben dann muss er angegriffen werden keiner will ihn angreifen weil er nicht gefährlich ist aber er könnte ja die leute zwingen anzugreifen tatsächlich würde ich fast sagen zwubel ist dein ding bei brawny halt mit der rüstung es ist schon das merkt man glaube ich schon dass wir es langsam wollen ich hallihallo zwubel huch herzlich willkommen zurück erstmal kriegst du glaube ich hier dass du mehr ausdauer hast weil ausdauer ist immer ein problem bei mir mit der rüstung auch wenn es noch nicht so viel bringt soll mich eigentlich schon wieder rapparieren ihr seid gar nicht so viel wert diese ganzen sachen du bist auch nicht so viel wert du bist ein was wert cruel feld schon er noch arming sword gekriegt sehr gut sehr gut sword bin die ganze zeit da ich höre ne ihr seid nicht so viel wert aber ihr seid die zweite stufe der von dem ja äh yes moment wir hatten aber noch level ups wir hatten noch level ups auf ricky der ist jetzt level 8 ja plus 3 hit mehr let's go mehr hp mehr fatigue yes ok dann hittet kriegt ihn ein bisschen mehr das ist sehr gut er kriegt er als perk ihm könnten wir jetzt bei ihm ist headhunter glaube ich richtig gut das problem ist nur die typische hit problematik aber er hat halt noch den blunt den brute skill wo er extra damage auf den kopf kriegt dann soll er wahrscheinlich headhunter schon mit nehmen würde ich sagen aber gleichzeitig ist battle forge ja ich weiß ich glaube so triffst du sowieso nicht deswegen würde ich bei dir glaube ich auch eher battle forge nehmen weil nimble wirst du nicht dafür habe ich die brawny und shield expert gegeben also wirst du nicht nimble dann kriegst du weniger Rüstungs damage für L89 kriegst schon über 10% weniger Rüstungs damage ja so road fader ach nö na gut dann hier plus 3 melee defense das und resolve I guess damit der nicht bricht irgendwie und als perk bis halt bei 62 bisschen skill kriegst schon noch nehmen wir trotzdem den spear mastery re weiß ich halt nicht könnte man halt mehr shield wollen und mehr rein pieksen aber weniger fatigue probleme haben ja doch mach mal weniger fatigue probleme sind glaube ich immer eine gute option so schon aber resolve wir haben das ist sehr sehr gut ähm papapapapam ich initiative haben dodge hat er nicht will ich wahrscheinlich 3 hp noch haben mehr einfach nur wenn er mal getroffen wird wie jetzt gerade ist er halt mehr überlebt aber diese ein ich will nicht einen punkt auf melee skill nehmen wahrscheinlich range defense damit er weniger abgeschossen wird wir haben gerade gesehen dass wir das brauchen können dann vielleicht anticipation reach advantage each 200 melee weapon adds a stack of reach advantage and increase melee defense ne 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 ober ober ist halt ganz gut gegner ein schlechter treffen aber wir greifen nur einmal pro runde an aus mit berserk halt die leute killen für ich rally the troops wo war denn das wäre jetzt hier ganz gut nicht und das ist unser dude mit 66 resolve weil der einfach plus 10 resolve in battle with und also extra resolve bei untoten also ich würde sagen ready the troops sean let's go du wirst dafür sorgen dass unsere leute motiviert bleiben so auf geht's in die nächste stadt weil wir unsere wahren verkaufen wollen ich glaube ich gar nicht drauf schirm gab sich da 900 in handelswaren ab so können wir das hier ganz gut verkaufen boah nee kann man hier nicht verkaufen ich weiß nicht wo ich farben sinnvoll verkauft krieg hast du schon mal einen delft boss gefunden ich glaube nicht bin mir relativ sicher dass ich noch keinen delft boss gefunden habe 16 ist auch noch scheiße zum verkaufen lass mich mal in die taverne gehen hier ein armorer hier könnten wir halt eine dicke rüstung holen oder wir könnten eine von unserer rüstung bisschen noch aufpimpen die wir haben für 300 hier gibt es noch mal einen sellsword bist du denn ein hundemeister aha kommst du mit einem hund demnach wahrscheinlich apropos hatte ich nicht noch irgendjemand einen hund gegeben oder war das auch unser sohn und der ist mit dem hund gestorben das wäre ganz schön traurig kein mittenhund okay dann wollten wir die die südkarawane ist aber dumm wenn wir unsere sachen noch nicht verkauft haben ich gehe noch mal nach tannheim ich glaube in tannheim habe ich ein besseres standing wenn ich mich nicht irre airline mit bergau wo ist tannheim sandstadt airline tannheim ist nur open und und das war jetzt aber gerade granitschanze wie sieht es mit granitschanze aus wie mögen die mich denn ich weiß nicht wo das sortiert ist granitschanze steht ja gar nicht drin also bei dem habe ich noch gar keine veränderung gemacht weil ich für die nichts gemacht habe ich glaube das beste was ich gefunden habe war bis jetzt scheiße die haben ja selber holz aber die verkaufen es übel teuer bei rebuilding effort disappearing villagers unhold attacks ne weiß nicht ob ich unholde machen will kommt ein bisschen drauf an wie viel ich bezahlt werde 900 kronen webknechts webknechts sind eigentlich immer voll okay webknechts sind voll okay problem ist bloß dass meinen leuten geht es noch nicht so gut also melee defense fatig weniger fatig recovery und übel wenig hp drei leuten geht es nicht so gut und die webknechts überfallen einen immer das ist ein bisschen doof andere ist judging from experience this is a good payment for the task is 950 crowns when the contract is done hunt down unholds around tanheim ich bin erstmal auf der suche während des heilens wo ich gute sachen verkaufen kann erzfest ein besseres standing weiß ich gar nicht weiß ich gar nicht das beste was ich in delft glaube ich bis jetzt gefunden habe war so ein delft drache in stufe 3 wehne aber wir kommen zu spät an oder oh shit tschüss da waren orc marauders scheiße man oh hier haben wir 5 5 plus oh geil bei holz ist noch ein bisschen mehr drin brauchen jedenfalls ja 250 ist okay zum kaufen wie ist verkauf hier zumindest mal die billigen sachen weg so training hall will ich jetzt so noch ein training geben können sparing fight geben 50 prozent extra experience für den nächsten battle 35 für den nächsten drei battle ich habe schon gegen orcs gekämpft tatsächlich gegen die uncharted younglings sind glaube ich okay aber die orc warriors die sind übel die halten ultra viel aus und haben rüstung an das ist echt bitter ich glaube ich würde die 35 extra experience gerne nehmen oder 20 prozent für the range of five battles das sind 100 prozent insgesamt für drei sind das doch aber das ist doch das mit der höchsten xp bonus insgesamt nehmen hier gibt es durchgescheiße keine aufgaben wir werden mal unsere ambition erfüllen als nächstes werden durch ein paar sachen entdeckt dachte ich hier wir könnten das nehmen toppled watchtower den haben wir entdeckt den sollten wir zwar finden aber den können wir einfach weg machen und moral ist richtig krass und richtig bitter ist dieses rein chargen da sind aber spearwall super gut dagegen weil die chargen in die spearwall und werden trotzdem zurück geworfen dabei deswegen stun sie dann glaube ich deine leute nicht 350 ist super wenig antorn web knechts das hört sich nach was 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 wir nebenbei machen können das sind 13 web knechts für 300 ihr habt doch einen arsch offen ihr habt doch den übelsten arsch offen wieso gibt es mir für 350 13 web knechts und direkt an meinem range dude dran what ich dachte ich kriege irgendwie 7 aber ich habe relativ viele leute die bisschen gelevelt sind von daher wahrscheinlich deswegen oh man hier können wir nicht frei schießen 60 54 dann auf dich hat schon mal gut funktioniert war hat ja auch gut funktioniert 73 83 alter alter vader das funktioniert ja gar nicht das funktioniert null ich treff nix okay du kannst da oben den machen wir dürfen nicht werfen nein nicht das das da endlich ein ordentlicher hit finally so hat auch gehittet müssen hier mal mithelfen so ja hier rum zu laufen ist irgendwie quatsch um denen zu helfen dann laufen mal hier nach unten weiter mit xili wie viele mili defense hast du drei ja nee dann lieber nicht du kannst auch nicht laufen piks piks oh dammit oh dammit oh dammit dammit man kann sagen die versuchen noch zu hitten ne ja das finde ich gut dann kann ich meinen ranger wieder benutzen aua das finde ich eine gute option da kann ich den rangy wieder benutzen kann ich hier hin laufen und schießen jetzt kann ich 63 oder mach erstmal den weg ist besser let's go rangy nachladen dann ist halt vorbei für die runde 67 nicht gehittet scheiße hilf ihm jawohl dann joshka found one nice sono herzlichen glückwunsch äh ja wir haben beides bisschen so angehittet so der ist down sehr schön 83% nicht gehittet weil wir 900 auf sacred gerollt haben und das ist der der auch noch angeschlagen ist ja herzlichen dank wir versuchen uns mal zu verteidigen einfach rot feater piekst da oben die leute tot felix schlitzt auf zubekriegt sich nicht verteidigt sono trifft leider auch nicht warum ich bis dahin komme ich okay ich muss da oben helfen das ist so schlimm die werden nämlich jetzt nein die werden uns ein sacred platt machen tut mir leid dann lade ich aber sacred ist so ein wichtiger bestandteil unserer truppe das ich mit guten abend die geblästert danke schön oder bitteschön je nachdem leuten helfen leuten helfen jawohl leute helfen leute helfen wie Felix sich nicht befreien kann aus dem ganzen shit 93% es hittet nicht weil wir ne 99 rollen alter fader ist doch ernst ernst ich muss hauen damit sie nicht mehr auf sacred gehen haben aber den mal befreit dann joshka du bist eigentlich ein werfer hier darfst aber jetzt nicht mehr sehr schön da ist ein hit dabei den mal platt gemacht das wieder nicht funktioniert jetzt ich hätte die treffer sind absolute katastrophe gerade also jetzt ja ich vermute wir laden jetzt gleich neu greift sogar an anstatt den einen zu spinnen steht dran und greift ihn an anstatt ihn ein zu spinnen absolute frechheit während die hier alle eingesponnen werden bei denen es nicht wichtig ist wobei der wird auch angegriffen der stört noch mal einen tot 56 ins gesicht 80 so perfekt 93 komm schon feile liman hit 73 hit auch noch sehr schön jetzt muss ich halt nur irgendwie den hinter oben los werden sonst stirbt der halt das ist der ist halt so wie tot er hat 5 hp moment wie viel damage kriegt er jetzt noch er ist glaube ich schon tot und das wissen bis jetzt okay die spinne ist gestorben die dran stand aber ich glaube er stirbt trotzdem am gift das ist so ein bisschen das grundlegende problem dabei das ist glaube ich so ein bisschen das grundlegende problem dabei ich gehe mal wieder hier hoch um ihm zu helfen aus dem ganzen quatsch raus zu kommen sehr schön zu betrifft schon ziemlich nice inzwischen rotfeder auch ja darüber ja 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 aber ich kann nicht noch heute noch heute einen sterben lassen das geht nicht das geht nicht das würde uns viel zu weit zurück werfen oder versuche nicht zu befreien besser gesagt Dankeschön helfen hier unten mit dann 73 kaum schon es ist wieder so gut wie tot er ist wieder ja und jetzt ist tot sacred ist struck down okay er ist nicht gestorben er ist nur umgefallen das ist ein wichtiger Unterschied nice Sonix hat ihn auch gekillt werfen ab werfen ab im werfen ist es einsame spitze so peaks oh shit den zweiten peak hat er verpasst oh ja der versucht sich zu befreien weil er panic ist ganz entspannt ganz entspannt das schlecht nicht xan ist am paniken oder aua xan ist am paniken rally the troops wow damn it da stehe mich hier dahinter das kann so bleiben denke ich könnte da oben stehen bleiben du hilfst mal unseren grünen rot feder aus dem schlamass raus was nicht funktioniert ja geil da ist ja noch eine oh scheiße das habe ich nicht gesehen dann hätte ich angreifen sollen dann hätte ich angreifen sollen shit hat keine Ausdauer mehr um sich zu befreien befreien ach scheiben kleister ich brauche immer mal anti gegengift bei den spinnenkämpfen den leuten worin wir fast für jeden entgegen gegengifte wobei dann hätte sonos sowieso äh sacred sowieso keinen gehabt ihr müsst mich befreien ich hau zu also ricky hau zu okay du bist jetzt blader crash jetzt blader bis dahin kommen wir schub was ist schlecht äh ja dann stellen wir uns hier hin und du hilfst beim rauskommen sehr schön jetzt helfen wir hier wieder raus sehr schön xpeaks komm schon ricky ah da ist noch eine spinne am wegrennen sehr schön rotfeder trifft auch langsam ziemlich nice äh du kannst da bleiben sind noch vier oh oh das ist nicht gut vergiften ist immer schlecht Leute vergiften ist immer schlecht sehr schön jawohl jetzt bist du natürlich nicht in Position zum beschießen weil da Sachen dazwischen stehen ähm ja lass auch mal stehen würde ich sagen hier geht es auch nicht mehr so gut du kannst auch stehen bleiben Felix kann noch ein bisschen gucken gehen ob hier irgendwo noch Gegner sind Eier oder sowas Zeli kann das auch noch machen so die geht es auch nicht so gut du chillst mal ein bisschen Rikki Rikki kann nicht laufen weil er ja genau das hat jetzt kann er laufen so it's over so was ist passiert was hat er Milieu hat er das ist okay damit können wir arbeiten er hat kein Skill verloren er hat kein Skill verloren er wird halt super leicht getroffen das ist so ein bisschen das Problem er muss immer in Deckung stehen er darf niemals von anderen Sachen irgendwie getroffen werden aber damit können wir arbeiten er lebt noch und er hat was abbekommen was machbar ist die Kronen waren es halt absolut nur nicht wert, dafür so eine Verletzung sich zu ziehen also ja, ich weiß also ich bin über den Kampf nicht glücklich es sind viel zu wenig Kronen, um das Risiko einzugehen ich dachte halt, hey, 350 Kronen es waren auch nur Webknechts, aber die kriegen halt immer den Jump auf einen auch wenn du sie vorher gefunden hast die kommen immer von allen Seiten und es ging unfassbar unglücklich los, aber arbeiten wir jetzt mit, arbeiten wir jetzt mit wo ist das halt ich kriege noch ein bisschen extra jetzt würdet ihr unser Holz uns sogar abkaufen kind of okay, wir haben noch ein gutes Schwert haben wir noch jemanden, wir haben noch jemanden wir haben noch jemanden, Falkion du hast du einen Schwertmaster, dann kriegst du hier jetzt das gute Arming Sword, Felix du triffst sogar ziemlich nice, das ist ziemlich gut so Cruel Falkion du bist glaube ich was, was Blutung macht, oder? yes, du machst was, was Blutung macht und plus 10 Hit Chance hat haben wir noch jemanden mit einem kleineren Schwert nee, dann haben wir entweder Sperre für den Bonus du hast noch das 35 bis 40 35 bis 45 es ist schon besser und blutet halt dann 40 bis 45 20, 80 20, 70 aber Blutung hmm Blutung ist schon macht halt keinen Rüstungsdamage wenn die einmal bluten es deckt sich glaube ich schon ein bisschen hoch ach jetzt bin ich unentschlossen jetzt bin ich unentschlossen ob ich Blutungssachen haben will oder nicht mit dem Goblin mit dem Goblinschwert minus 4 minus 6 das ist sogar leichter das ist ja insane das ist auch leichter als das ne, da ist die gleiche ok ist aber halt schlechter gegen Rüstung mua ok ähm ja, dich wollen wir nicht reparieren euch wollen wir auch nicht reparieren wie sind bei euch die Verkaufspreise 18 ne gibt's ein Gegengift ja, Gegengift werde ich irgendwann brauchen in den entsprechenden Fights hab ich wahrscheinlich hier sogar mal selber verkauft aber es ist günstig wir holen uns mal das Gegengift wir holen uns mal das Gegengift wir haben jetzt eigentlich voll von unseren nehmen wir das hier 93 von 90 oh shit wir sind fast am Maximum stecken easy peasy sind ja weit weg vom Maximum wir sind wir gar nicht scheiße wir wollten hier hin zum toppelt Watchtower und den versuchen anzugehen das heißt wir reisen jetzt nach Süden um uns wieder zu erholen nachdem wir hart auf die Fresse gekriegt haben so, können wir hier was verkaufen aber hier sind keine Rebuilding hier sind nur Ambers Trade Roots ich will glaube ich eigentlich nach Bergo Bergo hat keine Ruinen mehr ne, dann kann ich's auch hier verkaufen kann ich's in Gelbstadt verkaufen oder halt in Sandstadt aber hier sind auch schon ganz guter Trade 100 300 einfach nochmal plus machen nehm ich komm, nehm ich 21, ja geil hier nehmt, nehmt, nehmt das brauch ich auch nicht ich hab ja noch einen guten Dolch gibt noch ein paar Leute mit schlechten Dolchen ja ja, du hast 67er Hitchance das ist ganz gut ähm so dann verkaufen noch ein paar schlechte Dolche hier, davon eins das verkaufen wir das verkaufen wir das verkaufen wir dann ist es Fallchon hier auf jeden Fall das schlechtere die ganzen Dinger wollen wir nicht haben das wollen wir nicht haben das wollen wir nicht haben so, hier haben wir einen schlechten Helm den verkaufen wir deswegen auch und schlechte Rüstungen die ganzen Sachen können wir verkaufen ja da seh ich uns so, jetzt haben wir bei 6000 das reicht ne Weile Tools & Supplies kaufen wir wir müssen ja gar nicht so weit in die Wildnis wir gehen jetzt mal nach Sandstadt und gucken wir uns mal an dass wir das Ding da oben noch gecleat kriegen Tools & Supplies brauchen wir aber trotzdem mal wieder wenn's das hier günstig gibt, mitnehmen wenn's das hier günstig gibt Tools & Supplies 227 nehmen wir zwei mal mit äh, wir könnten hier ein Paint Set und sowas holen das wollen wir jetzt nicht wir könnten hier natürlich jede Menge Farben holen aber die sind wie gerade echt schwer zu verkaufen ja hier davon können wir wahrscheinlich noch was verkaufen ich glaub ich würd so einen so ein Stack behalten einen so in der Reihe gleich hier bei dem achso hier können wir noch Valuables guck mal haben wir sogar noch was was ich nicht gesehen hab dass man sich nur von Wein ernähren kann finde ich spannend äh das ist hier Medical Supplies Medical Supplies sind übel teuer alles andere ist billig aber Medical Supplies gehen ja komplett durch die Decke das ist ja irre so jetzt gehen wir noch Taverna einen aus sehr gut und jetzt save mal wieder die Campaign und dann gehen wir hier auf den Topp Watch Tower und gucken mal was da passiert vielleicht nicht bei Nacht, oder? wir haben sowieso das Problem, dass unsere Leute noch verletzt sind, oder? ja wir müssen noch ein Momentchen warten drei Tage warum heilst du so langsam? warum heilst du so langsam? Camp aber Medical Supplies brauchen wir dafür gar nicht Medical Supplies brauchst du nur für die für die größeren Wunden, okay unknown garrison wir warten noch ein bisschen bis bis mitten am Tag ist morning midday let's go mal sehen was passiert vierzehn Skelette ja wir haben hier aber Engstellen wir können hier mit den Engstellen arbeiten hinter uns let's go die kommen nämlich raus weil die sind Nahkämpfer Zubel yes du gehst mal unten rum weil wir haben ein bisschen Probleme mit dem Platz irgendwann wir müssen hier nämlich noch dicht machen Rotfeder kann glaube ich inzwischen ganz gut eine Seite halten du gehst auch mal unten rum würde ich sagen und du gehst einfach mal komplett so nur hier oben rum tja da ist es halt jetzt da kommen schon die Platzprobleme zusammen Felix ist eigentlich auch jemand der so hier hin oder sowas gehen problematico vierzehn davon haben wir wir müssen nur davon sorgen dass wir uns nicht alle gleichzeitig angreifen das ist das Ziel dass sie sich gegenseitig selber blockieren gucken wo sind wir jetzt hier alle sichtbar zwei, vier, sechs, acht, zehn vier fehlen noch okay äh ja schlecht wir müssen auf jeden Fall weiter zurück also das geht gar nicht hier äh wir wollen hier zwei Leute hinstellen weil sie dann nur von zwei Leuten angegriffen werden können wir wollen uns also hier aufstellen so ungefähr Zwubel wie gut ist denn deine Defense 27 boah gucken wir mal ne so dann wollen wir hier da zwei Leute hin haben weil sie nur von zwei angegriffen werden können das heißt stellen dich hier hin damit du beide attacken kannst schauen so Ricky packt sich da hin und Rotfeder packt sich da hin ja du musst halt eigentlich noch ein Stück vorbei einfach reicht eigentlich in die AP nicht so Sono macht da oben zu oder wahrscheinlich wird sogar eher Felix dann dazu machen der wird das übernehmen so ich würde sagen Xan packt sich hier mit hin der macht hier mit Zwubel die Seite teilen sie auf jeden Fall sehr sehr gut auf also sie wobei eigentlich nicht sie hätten eigentlich schön geklumpft sein sollen das wäre geiler gewesen ähm ja ja was machen wir jetzt mit dir das ist einfach ein Speer über pack mal dich mal dahinter wenn wir vielleicht doch einen Switch Skill haben sollen dann hätte man nämlich die Leute switchen können bei sowas wenn man so eine Engstelle benutzt wäre dann sehr sehr vorteilhaft und Sacred ist immer noch nicht wieder richtig auf dem Damm ein 58er Hit ja let's try 48 63 yes ja es ist gut ihr kommt diese Rolle noch nicht ran also machen wir nix warten bis wir näher ran sind du wartest ab du wartest ab du wartest ab kommt diese Runde glaube ich nicht ran und wenn ist es glaube ich nicht so schlimm für mich dass ihr komplett ran steppt weil dafür ist es ich kann mir noch hier oben mit rein dass du hier mit werfen kannst entsprechend brauchst du auch nichts machen bis jetzt ähm ja du übernimmst dann die Stelle hier würde ich sagen was dazu du gehst noch einen ran und dann packen wir Sacred hier dahinter du wartest auch noch bis die Leute ein bisschen weiter rankommen ja Xidi du bist jetzt eigentlich ein bisschen Ersatzmann sage ich mal so wahrscheinlich hier unten wenn sie hier rum wenn sie hier unten rumlaufen oder scheint eher wenn dann hier oben rum zu laufen Fullstream hast du gesagt du musst wieder mehr Sport machen ich rate davon ab mir tut alles weh ich habe Montagsport gemacht mit Hart bis Mittwoch alles weh aber ja du deckst mal unsere Seite würde ich sagen dass sie wenn sie hier oben rumlaufen dass wir hier noch jemanden haben der die Flanke deckt so sie kommt offensichtlicherweise nicht ran so und dich packen wir hier aber ja aber genau deswegen muss man ja Sport machen damit weniger weh tut genau deswegen muss ich es ja machen damit mir weniger weh tut 41 67 58 nice Bewerbung meines Lebens glaube ich was schreibe gerade die Bewerbung meines Lebens worauf bewirbst dich denn so ihr werdet noch nicht rankommen deswegen können wir hier chillen ja ja jetzt müssen wir hier äh Spearwarn und das machen wir den Fall dass sie bei mir rankommen 54 72 nice schon mal ein bisschen runter gehauen oh oh no wo kommt ihr denn her das schlecht das maximal schlecht the fuck oh oh die darf ich auch nicht schießen wo ich nachgeladen hab ach ne ich hab hab ja ich hab nicht nachgeladen oh scheiße das ist richtig übel vor allem mit vollem HP und keine Kopftreffer ja mal sehen ob das mein Ende wird ich kann es ja versuchen noch zu spielen ne äh 57 nicht gehittet ja problematisch problematisch das 49 rolle 52 alter ja da müssen wir hier das so machen du musst es jetzt einfach dort halten ah da kommt das sind 4 necro servants sind plötzlich da alter 40er hit chance nur auf den mit der distance von 2 und keinem Nachteil ne ich muss den tot machen ich mach so wenig damage an dem Ding ich mach so wenig damage an dem Ding ich blute schon ach du Scheibe ach du Scheibe und dann so viele Gegner alter alter ja wird wohl schwieriger als erwartet mit dem ganzen Shit das war ein guter Hit den finde ich nice guck mal hier hingehen glaube ich äh den kann ich nicht angreifen also hier ist sehr gut mach mal das so überhaupt überhaupt einen Hit zu machen ist ja schon Wahnsinn gegen die ja sind halt alles einfach zuerst dran und teleportieren sich weg die Schweine zu stellen alter ist halt nicht die können teleportieren und angreifen ja rip rip mein ass oh scheiße also wir waren zumindest direkt dran wir waren zumindest direkt dran wir müssen uns erst umstellen und dann angreifen ok du hast den hier oben als Gegner erst umstellen dann angreifen fernkamp angriff sind glaube ich echt problematisch gegen die ok wir haben einen gehittet warum der auch immer Rüstung hat jetzt werde ich ja komplett umstellt das bricht meine komplette Verteidigung zusammen scheiße da bricht meine komplette Verteidigung zusammen ja das ist ein Problem 47 77 alter 77 und ich roll eine 80 wieder das ist wieder so eine Kacke und du bist halt übelst aus schon 50 und 50 ok der ist fast tot einer von denen und ich kann nicht noch ein zweites mal angreifen ach come on ja nope nope das war es das war noch ein Versuch das müssen wir das nächste Mal weitermachen weiß ich nicht ob ich das nochmal angehe muss ich mir nochmal überlegen also irgendwie 10 Skelette und 3 Necro Servants habe ich das Gefühl ist ein bisschen viel ist glaube ich nicht die beste Idee ich bin raus können es heute nicht zu Ende probieren üman ich aus und ich bin und es dann bis zum genau geht �